So, Rückkenntraining. Alte, werte Übungen. Ich zeige es euch von der Seite. Einrollen, aufrollen. Rollt die Knie, kippt das Becken weit nach vorn. Rollt euch so weit, wie es geht. Ein Kinn zur Brust, Kopfbill durch die Beine und dann streckt euch nach vorne. Einrollen, strecken. Große Bewegung, weit einrollen, richtig strecken. Option, wer mag, Schultern und Arme öffnen, einrollen, Arme nach außen, Schultern nach hinten, Bodern, dass es nicht so langweilig wird, nach vorne. Die Arme strecken. Zack. Übungs 1. Okay, Schritt 2. Schritt zur Seite. Dreht euch zum Knie. Achtet darauf, dass das Knie in Richtung Fußstütze geht. Wer es ein bisschen intensiver haben will, mehr Bewegung, greift nach unten zum Fuß. Gerne auch langsam hin, schnell zurück. Langsam hin, schnell zurück. Geht auch von unten. Zack. So, nächste Übung, die dritte. Auf einem Bein stehen. Eine oder die Lieblingsübungen. Knie hoch, die Hand zum Knie. Dann wird das Bein zur Seite, der Arm rüber, der Oberkörper hinterher. Schön schreckt. Beim zweiten Mal. Ausbalancieren. Nach vorne. Zack. Bein nach hinten. Zur Seite. Nach vorne. Balanciert euch aus, wenn es wackelig ist. Und tauscht dann logischerweise die Seite. Übung 4. Knie beugen. Setzt euch weit nach hinten. Achtet darauf, dass die Knie außen bleiben. Kommt wieder hoch. Das ist die einfachste Variante. Variante 2. Gerne zwei Flaschen nehmen. Schräg nach unten greifen. In Richtung Fuß. Nach oben strecken. Beugt die Knie. Dreht den Oberkörper. Und bei der Variante Seite tauschen. Und bei der Variante Seite tauschen. Und bei der Variante Seite tauschen. Vielen Dank.